Untertitelung des ZDF, 2020 Terence Hill und Bud Spencer haben diesen Film für sie in den zauberhaften und unentdeckten Landschaften Südamerikas gedreht. Ein Ave Maria auf den Lippen und ein Halleluja in den Fäusten, so bekehren sie auch den letzten Mohikaner. Er verkündet überall die frohe Botschaft, dass es nur so knallt. Sie sprechen die Sprache Gottes. Wer sie aber nicht versteht, hört die Engel im Himmel singen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020